In den vorherigen Teilen haben wir uns bereits gut darauf vorbereitet, einen möglichen dritten Weltkrieg überleben zu können. Was nun aber, wenn der Krieg beendet ist? Ist dann alles sofort wieder in Ordnung? Sicherlich nicht. Aber das Gute ist, du kannst dich darauf vorbereiten. Falls du die bisherigen Teile dieser spannenden Videoserie verpasst hast, blende ich dir hier oben die Playlist dazu ein. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video «Schön hast du» wieder eingeschaltet. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was auf dich zukommen wird, wenn ein Krieg vorbei ist? Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Bist du das eventuell schon? Oder hast du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und genau um dieses Thema geht's in diesem Video. Heute tauchen wir in zwei entscheidende Aspekte der Kriegsvorbereitung ein. Selbstversorgung und Wiederaufbau. Im ersten Teil dieses Videos geht's darum, wie du dich selbst versorgen kannst, während der zweite Teil sich dem Wiederaufbau widmet. Schau dir also unbedingt das ganze Video an. Denn beide Teile sind sehr, sehr wichtig und können den entscheidenden Unterschied machen. Denn es ist durchaus ein wichtiger Unterschied, ob du eine Krise überleben kannst oder ob du mit einer Krise leben kannst. Teil 1 – Selbstversorgung Kommen wir als erstes zum Thema Selbstversorgung. Diese wird sofort wichtig, nachdem deine Vorräte aufgebraucht sind. Plane also frühzeitig damit zu starten, denn die Selbstversorgung braucht einige Zeit, um ans Laufen zu kommen. Ich werde dir nun einige Aspekte dazu nennen. Allgemeines. Nach einem Krieg sollten wir nicht darauf vertrauen, dass die Regierung oder die üblichen Versorgungsketten sofort wieder in Gang kommen. Zum Beispiel könnten Ackerflächen zerstört sein, Saatgut und Dünger knapp, Maschinen unbrauchbar oder vielleicht sind wichtige Gebäude zerstört. Deshalb ist es entscheidend, bereits vor einem Konflikt vorzusorgen. Lagere Saatgut, Dünger, Werkzeuge und mehr ein. Stelle sicher, dass du unabhängig von externen Ressourcen arbeiten kannst. Garten anlegen. Während eines Krieges oder nach dessen Ende kann ein eigener Garten eine Lebensader sein. Lerne, wie du effektiv anbaust, auch unter schwierigen Bedingungen. Wenn du keinen eigenen Garten anlegen kannst, hast du trotzdem die Möglichkeit, vieles direkt in deine Wohnung anbauen zu können. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich blende es dir hier oben in der Ecke ein. Jagen und Fischen können ebenfalls deine Nahrungsquellen erweitern. Überlege dir also, ob du dir diese Fähigkeiten aneignen willst und mache einen Angelschein oder eine Jagdausbildung, wenn du die Möglichkeit hast. Kenntnisse über essbare Pflanzen und Pilze sind nicht nur hilfreich, sondern können lebensrettend sein. Auch Bücher über Selbstversorgung und über Lebenstechniken sollten unbedingt Teil deiner Vorbereitung sein. Vorratshaltung und Konservierung Baue nicht nur auf frische Ernten, sondern erlerne auch Techniken zur Konservierung von Lebensmitteln, wie Einmachen, Einlegen, Räuchern, Pökeln oder Trocknen. Dadurch kannst du deine Ressourcen über einen längeren Zeitraum nutzen. Kleintierhaltung Falls möglich, denke über die Haltung von Kleintieren nach, wie Hühner, Kaninchen oder Bienen. Diese können nicht nur Nahrung wie Eier, Fleisch und Honig, sondern auch andere Ressourcen wie zum Beispiel Wolle liefern. Nutzung erneuerbarer Energiequellen Integriere erneuerbare Energiequellen wie Solar- oder Windenergie in deine Selbstversorgung. Dies kann nicht nur den Energiebedarf decken, sondern auch dabei helfen, unabhängig von externen Stromquellen zu sein. Auch die Möglichkeit, mit Holz zu kochen oder zu heizen, kann auf lange Sicht sehr wichtig werden. Kräuter und Heilpflanzen Lerne unbedingt über heimische Kräuter und Heilpflanzen. Nicht nur können sie als Nahrungsergänzung dienen, sondern auch medizinische Zwecke erfüllen. Kenntnisse über natürliche Heilmittel können in Krisenzeiten von unschätzbarem Wert sein. Regenwassernutzung Setze zum Beispiel Regenwasser zur Bewässerung deiner Pflanzen ein. Dies spart nicht nur Wasserressourcen, sondern kann auch eine zuverlässige Wasserquelle unabhängig von der öffentlichen Wasserversorgung bieten. Teil 2 – Wiederaufbau In diesem Teil besprechen wir, was du unternehmen kannst, um möglichst schnell wieder eine flächendeckende Grundversorgung herstellen zu können. Auch kann dieser Abschnitt des Videos dir dabei helfen, deine Selbstversorgung ergänzend zu unterstützen oder zu erweitern und deine allgemeine Lebensqualität zu steigern. Bevor ich dir aber meine Gedanken dazu verrate, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von dir freuen und wenn du zukünftig keine Videos mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank dafür! Gemeinsam stark! Selbstversorgung legt den Grundstein, aber der Wiederaufbau erfordert Gemeinschaftsgeist und Solidarität. Wenn dich das Thema Solidarität in einer Krise interessiert, klicke dieses Video hier oben in der Ecke an. Es ist entscheidend, deine Hilfe anzubieten, um wichtige Dinge wie zum Beispiel Geräte, Maschinen und Gebäude zu reparieren. Unterstütze Bauern bei der Bewirtschaftung ihrer Felder und der Versorgung von Nutztieren. Tausche Arbeitskraft gegen Nahrung oder andere Ressourcen. Eine funktionierende Gemeinschaft ist der Schlüssel zum langfristigen Überleben und für einen erfolgreichen Wiederaufbau. Essen tauschen, teilen, helfen. Wenn du genug Essen aus deiner Selbstversorgung gewinnen kannst, biete es anderen an, die vielleicht nicht so gut vorbereitet sind. Tausche Lebensmittel gegen andere Güter, Wissen oder Manpower. Solidarität und der Austausch von Ressourcen stärken die Gemeinschaft und fördern den Wiederaufbau. Bedenke, je mehr Menschen es den Umständen entsprechend gut geht, desto entspannter und sicherer wird die Situation für alle. Gesundheitsversorgung. Nach einem Konflikt oder einer Krise ist es von entscheidender Bedeutung, das Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Dies umfasst den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen, die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, die Schulung und Rekrutierung von Gesundheitspersonal sowie die Bereitstellung von psychologischer Unterstützung. Präventive Gesundheitsmassnahmen wie Impfungen und Hygienemassnahmen sind ebenfalls wichtig. Die Integration traditioneller Heilmethoden und die Förderung von Gesundheitsaufklärung tragen zur Stärkung der Gesundheitsversorgung bei. Bildung und Schulung. Eine umfassende Investition in Bildung und Schulung ist wichtig. Dies umfasst unter anderem den Wiederaufbau von Schulungsgebäuden. Es sollte auch so schnell wie möglich mindestens eine improvisierte Lösung einer Schule hergestellt werden. Die Sicherstellung von Bildungsmaterialien und die Rekrutierung qualifizierter Lehrkräfte ist ein weiterer wichtiger Schritt. Zusätzlich zur formaler Bildung ist die Förderung von Fähigkeiten und Berufsausbildung entscheidend, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Lebensgrundlage zu verbessern. Die Integration von Technologie und die Anpassung des Lehrplans an die Bedürfnisse der Gemeinschaft tragen zur Schaffung einer stabilen und zukunftsorientierten Bildungsumgebung bei. Wirtschaftsförderung. Dies erfordert Massnahmen wie den Wiederaufbau von Infrastruktur, die Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds und die Förderung von Kleinunternehmertum. Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe können die Ernährungssicherheit verbessern, während die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung von Handelsaktivitäten die wirtschaftliche Stabilität fördern. Die Einbindung der Gemeinschaft in wirtschaftliche Entscheidungsprozesse und die Förderung nachhaltiger Praktiken sind ebenfalls entscheidende Aspekte für einen langfristigen wirtschaftlichen Wiederaufbau. Internationale Unterstützung und Partnerschaften können dabei helfen, Ressourcen und Fachkenntnisse bereitzustellen, um die Wirtschaftsstruktur zu stärken und die Lebensgrundlagen der Bevölkerung wiederherzustellen. Gemeinsam in die Zukunft. Selbstversorgung und Wiederaufbau sind Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige Zukunft. Unsere Überlebensfähigkeit hängt von unserer Fähigkeit ab, eigenverantwortlich zu handeln und uns als Gemeinschaft zu unterstützen. In unsicheren Zeiten können wir gemeinsam eine starke Basis für den Neuanfang schaffen. Mit diesem Video schliessen wir unsere Videoserie der Vorbereitung für einen möglichen dritten Weltkrieg ab. Ich denke, ich habe alle wichtigen Punkte abgedeckt. Schaue nun, was du aus dieser fünfteiligen Serie umsetzen kannst und willst. Abschliessend bleibt uns allen nur noch zu hoffen, dass es nie so weit kommen wird. Falls aber doch, sollten wir nun wenigstens einigermassen darauf vorbereitet sein. Kennst du noch weitere wichtige Aspekte zum Thema langfristige Vorbereitung und Wiederaufbau? Wirst du das ein oder andere davon umsetzen? Hast du noch Ergänzungen zum Video oder habe ich etwas Wichtiges vergessen? Schreib das gerne unten in die Kommentare, das würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr interessieren. Falls du denkst, dass in einer Krise womöglich jeder etwas von dir haben möchte, schau dir dieses Video hier unten an. Und da oben findest du meinen neuesten Upload. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.